Also ich benutze The King Tape einfach, weil ich das gerade für meine Füße sehr brauche, dass es mir sehr viel Stabilität gibt, ich da gut durch meine vielen Trainingseinheiten komme und gleichzeitig hat es einen großen Wiedererkennungswert durch die coolen Muster und das macht dann das Training nochmal ein bisschen spezieller, ein bisschen cooler, weil einfach die Muster dann auch stimmen, so wie man es gerne haben möchte.